Wir als Stabstelle Nachhaltigkeit haben verschiedene beratende Funktionen, haben auch Projekte für externe und interne Schnittstellen. Wir setzen Projekte um, wo es darum geht, energetische Betriebsoptimierungen zu machen, sodass die Energieeffizienz beim Gebäude gewährleistet ist. Ich persönlich schätze sehr die Vielfalt, die wir an Personen und Berufen haben, eigentlich rund um die Immobilien und ich kann da sehr profitieren von den verschiedenen Sichtweisen. Auch meine Nachhaltigkeitsprojekte, die ich habe, nehmen natürlich an Qualität zu, wenn ich Inputs von verschiedenen Abteilungen bekomme.